Freundinnen und Freunde der Sterne, im Februar bringt der Vollmond im Löwen die Gemüter in Wallung. Gleichzeitig haben wir Freundschaftsaspekte, um mit unseren Lieblingsmenschen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Zu Valentinstag gibt es eine schöne Romantik-Konstellation. Und wie sich das alles für euer Sternzeichen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen im Februar 2023. Die Timecodes für euer Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Gleich schauen wir uns die wichtigsten Konstellationen des Februars an. Vorher habe ich aber noch Geschenke und eine Gewinnerin für euch. Am 14. Februar ist Valentinstag und aus diesem Anlass schenke ich euch 30% Rabatt auf das große Venus-Horoskop. Darin erfahrt ihr ganz ausführlich eure Venus-Tendenzen für die kommenden sechs Monate. Themen sind natürlich die Liebe und eure Beziehungen und ihr erfahrt auch, wie ihr eure Selbstliebe stärken könnt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht ja nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Auch die Schattenseiten der Venus kommen zur Sprache, denn sie kann uns dazu verführen, träge zu werden, zu viel Geld auszugeben oder zu hohe Erwartungen zu hegen. Das ausführliche Venus-Horoskop als PDF umfasst mindestens 30 Seiten und kommt zu euch per E-Mail. Und dieses besondere Angebot mit dem Rabattcode VALENTIN23 gilt bis zum 20. März. Mehr Infos zum Bestellen und was ihr sonst noch wissen müsst, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und noch ein Geschenk habe ich für euch, nämlich die Verlosung. Passend zum Valentinsthema verlose ich ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF. Da könnt ihr schauen, welche kosmischen Aspekte ihr miteinander habt, wo es richtig prickelt und worauf ihr achten müsst. Gewinnen können meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann denkt bitte auch daran, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren. Mehr zur Verlosung erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung vom Januar, die große Marsanalyse als PDF gewonnen hat, Elke Liebe Marie, herzlichen Glückwunsch, liebe Elke. Bitte melde dich unter service-at-antonialangstorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zumailen können. Und jetzt schauen wir uns die wichtigsten kosmischen Energien des Monats an, und zwar diesmal in Bildern. Anschließend schauen wir uns dann die Sternzeichenhoroskope an. Wir starten in den Monat mit einem sehr energiereichen Aspekt zwischen der Sonne im Wassermann und Erfinderplanet Uranus. Da wird wahrscheinlich heiß diskutiert werden, um Zukunftspläne und gesellschaftliche und politische Fragen könnten die Gemüter erhitzen. Für uns privat ist die Zeit, von Anfang Februar bis nach dem Vollmond mit Vorsicht zu genießen. Denn Pläne können plötzlich umgeworfen werden und nicht auf jede neue Idee ist Verlass. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns alles, was gesagt wird, mit ein bisschen Abstand und Gelassenheit anschauen. Wahrscheinlich sind gute Ideen dabei, aber einiges wird sich wohl auch als sehr überspannt und exzentrisch herausstellen. Deswegen lasst euch möglichst nicht unter Druck setzen, etwas Neues anzufangen oder eine Anweisung direkt umzusetzen, ohne sie in Ruhe zu überprüfen und zu durchdenken. Eine ganz intensive Konstellation ist der Vollmond im Löwen, der am Sonntag, den 5. Februar um 19.28 Uhr exakt wird. Da knistert es gewaltig. Wie gut, dass dann Wochenende ist. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Vollmond viele Leute um den Schlaf bringt. Schon am Samstag geht die Mondin in den Löwen und aktiviert dabei die wilde Lilith. Gleichzeitig bilden Liebesgöttin Venus und Kämpfer Mars eine leidenschaftliche Verbindung. Außerdem entsteht mit der Vollmondkonstellation auch ein Spannungsfeld zu Uranus. Dieses Gesamtpaket weckt die Leidenschaft, macht uns spontan, ausgelassen und experimentierfreudig, gleichzeitig aber tendenziell auch risikobereit und unvorsichtig. Ich denke, für Partys ist das eine tolle Konstellation, wenn sich die Gäste verstehen und einen gemeinsamen Rhythmus finden, um diese Energien auf kreative und ausgelassene Weise auszutoben. Schwierig stelle ich mir die Vollmondzeit vor, wenn wir in einem engen Leistungs- oder Zeitkorsett stecken oder wenn wir was machen sollen, was uns gegen den Strich geht. Deswegen wäre mein Tipp, dass ihr euch zu diesem Wochenende etwas Schönes vornehmt, auf das ihr Lust habt und vor allem auch mit netten Leuten, die ihr mögt und mit denen man auch mal 5 gerade lassen sein kann. Ich denke, für frisch Verliebte sind die kosmischen Energien toll und sehr leidenschaftlich. Aber wenn es zwischenmenschlich nicht stimmt, kann sich das dann auch durch einen Streit entladen. Getroffene Vereinbarungen oder Regeln werden nicht eingehalten, Pläne geraten durcheinander oder wir werden unvorsichtig, denn es herrscht auch eine gewisse Verletzungsgefahr. Und zwar ganz besonders dann, wenn wir uns aufregen und in dieser Stimmung unachtsam werden. Wer etwas Sportliches vorhat, dürfte, solange die Regeln der Fairness eingehalten werden, sehr von dieser Energie profitieren, denn die Sonne steht in Harmonie zum Mars. Das ist toll für sportliche und auch geistige Wettbewerbe, weil der Mars in den Zwillingen steht. Zu diesem Wochenende können großartige Ideen geboren werden. Sehr schön ist auch, dass Merkur im vernünftigen Steinbock einen Freundschaftsaspekt zu Fantasieplaneten Neptun bildet. Das macht uns empathisch und hilft dabei, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Also, das Menü für ein spannendes Vollmondwochenende ist angerichtet. Lasst uns alle das Beste daraus machen. Ideen, wie sich der Vollmond für euch persönlich auswirkt, findet ihr gleich in den Sternzeichenhoroskopen. Zu Valentinstag am 14. Februar haben wir eine ganz innige Verbindung von Liebesgöttin Venus und Fantasieplaneten Neptun. Das ist eine sehr romantische Konstellation und einfach ideal, um dem Herz aller Liebsten oder auch dem angebeteten Flirt zu zeigen, wie sehr man ihn oder sie mag. Und dafür fällt uns wahrscheinlich etwas besonders Schönes und Fantasievolles ein. Die Mondin steht dann im Schützen und vereint die Kräfte von Lilith, Jupiter und Chiron. Es ist also auch ein guter Tag für eine Versöhnung, für die Heilung verletzter Liebesgefühle oder sogar für einen Heiratsantrag. Aber Achtung, was immer man an dem Tag sagt, sollte von Herzen kommen. Das ist Lilith ein Anliegen. Sie steht herausfordernd zu Denker Merkur und fordert Authentizität und Wahrhaftigkeit. Wer einfach nur Süßholz raspelt, um damit jemanden zu beeindrucken oder gar zu manipulieren, kommt damit nicht durch. Nur zwei Tage später, am 16. Februar, trifft die Sonne auf den strengen Saturn. Und passend dazu steht dann auch die Mondin im Steinbock. Das kann sehr ernüchternd wirken, wenn wir vorher hochfliegende Pläne hatten, die vielleicht unrealistisch waren oder wenn wir uns in der Liebe etwas vorgemacht haben. Es kann aber auch ein Zeichen für eine wirklich tiefe und ernsthafte Entscheidung sein. In der Liebe, aber auch, falls beruflich, was Wichtiges anliegt. Ein Grund mehr, dem Ruf der Lilith nach der Wahrheit zu folgen. Saturn testet ja immer, ob wir das, was wir tun, auch wirklich ernst meinen. Wie so ein Lehrmeister eben. Und ob wir dahinter stehen. Und manchmal legt er uns dafür auch Hindernisse in den Weg, um zu schauen, ob wir stark genug sind, sie auf unserem Weg zu überwinden und ob wir bereit sind, dafür Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Es kann also in den Tagen nach dem Valentinstag zu einer Art Prüfungssituation kommen. Und dabei kann es darum gehen, ob wir unsere romantischen Gefühle wirklich ernst meinen. Gleichzeitig geht Denker Merkur, der am 11. Februar in den Wassermann läuft, in einen Freundschaftsaspekt zu Glücksplanet Jupiter. Wenn wir die richtige Entscheidung getroffen haben, können wir sie nun aussprechen und mit anderen teilen. Und das wird gut ankommen. Für die Karnevalsjäcken unter euch ist natürlich die Zeit vom 16. bis 22. Februar für die tollen Tage von Weiberfastnacht bis Faschingsdienstag geblockt. Das ist klar. Auf die Konstellationen zu Karneval bin ich jetzt in den Sternzeichenhoroskopen nicht jedes Mal eingegangen, weil es halt doch nicht für alle so relevant ist. Aber ich mache noch einen kleinen Extraclip mit meinen astrologischen Karnevalstipps für euch. Insgesamt haben wir zwischen dem 16. und 22. Februar eine sehr intensive Phase mit vielen positiven Gedanken und Ideen. Aber da können auch wieder einige überspannte und exzentrische Einfälle dabei sein. Auch dann gilt wieder, spontane Ideen erstmal sacken lassen und vielleicht mit netten Menschen besprechen. Aber auf jeden Fall ist der allgemeine Erfindergeist geweckt. Mitten in dieser intensiven Zeit wechselt die Sonne in die Fische. Und zwar genau am 18. Februar nachts um 23.34 Uhr. Und dort findet dann am 20. Februar auch der Neumond in den Fischen statt. Und zwar montags morgens um 8.05 Uhr. Nur eine Stunde später wechselt die Venus von den Fischen ins Zeichen Widder. Diese Konstellationen sind bewegt und bewegend und können tief an unsere Emotionen rühren. Es beginnt nun eine Phase der kosmischen Heilung und Erkenntnis bis in die ersten Märztage hinein. Der Neumond öffnet einen Kanal zu den Energien der kosmischen Liebe und Hingabe und ist sehr geeignet, um eine Heilung vorausgegangener Probleme oder emotionaler Verletzungen herbeizuführen. Es ist eine sehr spirituelle Konstellation. Eine besondere Verbindung besteht bis zum Monatsende zwischen den beiden Göttinnen Lilith und Venus. Das stärkt die weibliche oder sagen wir naturverbundene Spiritualität. Alle, die gerne mit Naturritualen oder schamanischen Techniken arbeiten oder als Hexen und Magierinnen unterwegs sind, können diese besondere Phase nutzen, um heilende Rituale durchzuführen. Und dabei kann es auch um Versöhnung zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip gehen, denn Mars und Jupiter als männlich orientierte Kräfte sind ebenfalls beteiligt und möchten sich einbringen. Da sind wir dann bei dem Thema Göttinnen und Helden. Darüber habe ich in meinem Special über Lilith im Löwen ausführlich gesprochen. Wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, möchte ich euch das Video sehr ans Herz legen. Ich verlinke das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Februar und jetzt kann es losgehen mit den Sternzeichenhoroskopen. Bitte schaut euch auch das Zeichen für euren Aszendenten an und fühlt da mal rein, ob ihr damit auch in Resonanz seid. Wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ich wünsche euch gute und hilfreiche Erkenntnisse. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Viele Projekte gehen jetzt wieder zügig voran und in der Liebe wartet ein tolles Highlight auf euch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venushoroskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Wie fühlt es sich an, dass der Mars jetzt wieder direkt läuft? Merkt ihr den Unterschied? Es müsste munter vorangehen für euch, vor allem in beruflicher, sozialer und sportlicher Hinsicht. Die Sonne steht im Wassermann und aktiviert eure Freundschaften. Euer berufliches Netzwerk steckt voller Ideen und Möglichkeiten. Außerdem habt ihr viel Energie und euer Geist ist hellwach. Falls im Job für euch wichtige Jahresgespräche anstehen, können die erfolgreich verlaufen. Achtet nur in der ersten Monatshälfte darauf, bei euren Gehaltsvorstellungen und überhaupt in Geldfragen realistisch zu bleiben. Auch für Spekulationen oder gewagte Finanzrisiken ist die Zeit ungeeignet. Denn der exaltierte Uranus könnte euch dazu verführen, etwas verstiegene Vorstellungen einzubringen. Aber wenn es um euren Erfindergeist geht, seid ihr kaum zu schlagen. In der Liebe läuft der Monat noch ruhig an. Vielleicht schwärmt ihr in der Stille für jemanden oder euch ist nach kuscheligem Rückzug zu zweit zumute. Einige von euch verbringen aber auch viel Zeit mit Freundinnen und Kumpels und nicht immer bezieht ihr Partner oder Partnerin mit ein. Vor allem rund um den Vollmond am 5. Februar scheinen Aktivitäten im Freundeskreis oder auch persönliche kreative Projekte im Vordergrund zu stehen. Vielleicht könnt ihr euch an dem Wochenende frei nehmen, um etwas mit der Clique zu unternehmen. Aber ihr solltet das schon mit eurem Herz allerliebsten gut absprechen. Und noch ein Tipp, gebt nicht zu viel Geld für eine Freizeitidee aus. Ihr müsst auch keine exorbitant teuren Geburtstagsgeschenke kaufen, falls ihr eingeladen seid. Das ist gar nicht nötig. Eure Freunde mögen euch auch so. Am 11. Februar wechselt der Merkur in den Wassermann und belebt für die nächsten drei Wochen zusätzlich das Freundschaftsthema. Und das ist auch gut, um eure beruflichen Kontakte zu pflegen. Zu Valentinstag haben wir eine sehr romantische Konstellation, aber die könnte im Wirbel eurer Aktivitäten untergehen. Dann spätestens wird es Zeit, dass ihr euch um euren Schatz kümmert und ihm vielleicht sogar eine schöne Aufmerksamkeit zukommen lasst. Auch falls ihr in der Liebe etwas den Mut oder den Glauben verloren habt, bleibt dran und haltet durch. Das Blatt wendet sich bald zum Besseren. In der Nacht zum 19. Februar geht die Sonne in die Fische und das ist bei euch das zwölfte Haus des Unbewussten, der Träume und überhaupt des Rückzugs. Und hier findet auch der Neumond am 20. Februar in den Fischen statt. In den kommenden vier Wochen könntet ihr euch gelegentlich etwas frühjahrsmüde fühlen. Vielleicht braucht ihr dann auch etwas mehr Schlaf und merkt, dass eure aktive Lebensführung doch anstrengender ist als gedacht. Darauf solltet ihr dann Rücksicht nehmen. Zum Ausgleich dafür schenkt euch der Kosmos besondere Träume und Eingebungen. Der Neumond am 20. Februar eignet sich gut für einen spirituellen Neubeginn, zum Beispiel falls ihr endlich mal mit dem Meditieren anfangen wollt. Alle Techniken, die euch mit euren Seelenthemen und eurem Unterbewusstsein verbinden, sind jetzt besonders ergiebig. Falls es bei euch was zu heilen gibt, könnt ihr in einem Ritual um Unterstützung und Inspiration dazu bitten. Nur eine Stunde nach diesem Neumond geht Liebesgöttin Venus in den Widder und schenkt euch ein Liebeshighlight bis Mitte März. Dann werdet ihr in der Liebe wieder aktiver und könnt eine innige und liebevolle Zeit mit eurem Schatz erleben und die Singles flirten erfolgreich. Falls ihr alleinstehend seid, könnt ihr diese Phase nutzen, um eure Selbstliebe zu stärken und euch etwas Gutes zu tun. Auch Unternehmungen mit Freundinnen und Freunden machen dann gute Laune. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ihr startet mit einem Liebeshighlight in den Februar und auch für eure Freundschaften sieht es gut aus. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Der Februar beginnt für euch mit einem schönen Venus-Einfluss, der sowohl günstig für die Liebe ist, als auch um eure Freundschaften zu pflegen. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung stehen hoch im Kurs. Für die Singles unter euch bietet sich bei sozialen Aktivitäten die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und zu flirten. Besonders prickelnd sind dahingehend die Tage vom 6. bis 10. Februar. Und wenn ihr einen Herzensmenschen habt, bekommt ihr zu Valentinstag bestimmt eine Aufmerksamkeit oder ihr lasst euch selbst was einfallen. Beruflich seid ihr aber vermutlich auch voll gefordert, denn die Sonne im Wassermann aktiviert euren kosmischen Karrierebereich und der Mars im Geldhaus weist auf gute finanzielle Möglichkeiten hin. Das Dumme ist nur, dass ihr euch manchmal selbst im Weg steht. Gerade in der ersten Februarwoche könntet ihr euch mit einer spontanen Aktion eine Chance verderben. Der impulsive Uranus, der ja bei euch im Zeichen steht, könnte euch verleiten, einen gut eingefädelten Deal im letzten Moment einzureißen, weil euch plötzlich was nicht gefällt oder ihr eine Eingebung bekommt, was man alles anders machen sollte. Besonders in den Tagen rund um den Vollmond am 5. Februar seid ihr sehr spontan und dabei wenig kompromissbereit. Der Tipp der Sterne wäre, wichtige Entscheidungen auf die Zeit nach dem Vollmond zu vertagen. Dann nämlich könnt ihr diese plötzlichen Ideen in gute Bahnen lenken und doch noch zu einer günstigen und auch profitablen Lösung kommen. Deswegen folgt nicht gleich eurem ersten Impuls, sondern durchdenkt alles nochmal. Die zweite Februarwoche ist dann sehr vielversprechend. Das gilt auch, falls in der Firma wichtige Gespräche zu den Jahreszielen anstehen. Insbesondere die Geborenen der dritten Dekade haben bei ihren Argumenten und Ideen vom 7. bis zum 10. Februar richtig Power und Einfluss. Am 11. Februar geht Denkplanet Merkur in den Wassermann und unterstützt euch bei Präsentationen und Verhandlungen. Und vom 18. bis 27. Februar habt ihr dann nochmal einen günstigen Aspekt, um über eine Gehaltserhöhung zu sprechen. Möglicherweise bekommt ihr am Ende zwar nicht einen höheren Lohn, dafür aber geldwerte Zusatzleistungen wie etwa ein Jobticket oder ein Diensthandy, das ihr auch privat nutzen könnt. Überlegt deshalb bei Zeiten, welche Anreize für euch interessant wären. Ihr habt also im Februar insgesamt gute Möglichkeiten, aber es kann auch etwas anstrengend werden. Das bessert sich aber, wenn die Sonne am 18. Februar kurz vor Mitternacht in die Fische geht und dann für vier Wochen einen entspannten Aspekt zu euch bildet. Dabei aktiviert sie euren Freundschaftsbereich und dort findet auch der Neumond in den Fischen am 20. Februar statt. Er eignet sich gut für einen Neubeginn, zum Beispiel wenn ihr euch vornehmen wollt, eine bestimmte Freundschaft wieder mehr zu pflegen oder zu reaktivieren oder um ein berufliches Projekt gemeinsam mit einem interessanten Netzwerk zu gestalten und auch wenn ihr euch mehr gegenseitige Unterstützung in eurem sozialen Umfeld wünscht. Und diese oder ähnliche Vorhaben könnt ihr dann in einem schönen Neumondritual bekräftigen. Allerdings verlässt am selben Tag eure Schutzgöttin Venus den für euch günstigen Aspekt in den Fischen und wandert in den Widder und damit in euer kosmisches zwölftes Haus des Rückzugs und des Unterbewussten. Es kann sein, dass es dann bis Mitte März in der Liebe etwas ruhiger wird und dass die Singles unter euch nicht mehr so viel Lust verspüren zu flirten oder auf Partnersuche zu gehen. Aber das ist nur vorübergehend. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist das allerdings eine richtig schöne Phase, denn sie verspricht Heilung durch spirituelle und überpersönliche Liebe. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr zauberhaften zwillige Geborenen und Zwillinge Aszendenten. Nach der langen Rückläufigkeit von Kampfplanet Mars in eurem Zeichen geht es jetzt mit voller Power für euch wieder vorwärts. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Unser innerer Krieger Mars ist nach mehr als zwei Monaten nun wieder direktläufig und wird noch bis Ende März in eurem Zeichen bleiben. Ihr habt jetzt wieder kosmischen Rückenwind und es fühlt sich für euch an, als erwacht ihr aus dem Winterschlaf. Zum Monatsbeginn habt ihr eine tolle Phase, um eurem Immunsystem was Gutes zu tun und Aromatherapien oder andere Anwendungen mit Heilkräutern sind jetzt besonders wirksam. Es ist auch eine günstige Zeit, um aktiv zu sein. Ihr seid geistig sehr offen und könnt neue Anreize besonders gut aufnehmen. Am 5. Februar haben wir den Vollmond im feurigen Zeichen Löwe und das könnte euch in den Austausch mit anregenden und spannenden Frauen bringen. Vielleicht gibt es einen Vortrag oder ein Webinar, in dem ihr von einer charismatischen Rednerin etwas lernen könnt. Oder euer Fitnessstudio bietet eine neue Tanzgruppe an. Die Energien unterstützen euch dabei, Spaß zu haben und die Gemeinschaft zu genießen. Am Arbeitsplatz könnte es einen Flirt geben, der sich sehr intensiv anfühlt. Versucht trotzdem, einen klaren Kopf zu behalten. Über die Monatsmitte kann es in eurem Berufsleben stressig werden. Achtet darauf, in eurem Netzwerk oder bei Kollegen niemandem durch eine unbedachte Bemerkung auf die Füße zu treten. Ihr flinken Luftzeichen seid gewitzt mit Worten, aber in der Zeit bis zum 19. Februar könnten Kollegen empfindlicher reagieren als sonst. Gegebenenfalls gesteht ein Fehler ein und geht auf euer Gegenüber zu. Das wirkt Wunder. Falls ihr Verhandlungen über eure Jahresziele führen oder sonstige wichtige Termine mit Vorgesetzten planen müsst, versucht das auf die Zeit nach dem 20. Februar zu verschieben. Ab da entspannt sich die Situation und ihr habt bessere Chancen in Gesprächen. In der Liebe kann der Valentinstag sehr prickelnd für euch werden. Es knistert an allen Ecken und Enden. Liierte Zwillinge sollten was Aktives mit ihrem Schatz planen. Und alle Singles, die auf der Suche sind, könnten im Freundeskreis einen tollen Abend verbringen. Durchaus möglich, dass es hier auf einmal aus einer unerwarteten Ecke prickelt. Euer soziales Umfeld ist im Februar besonders wichtig für euch. Ihr seid inspiriert von den Menschen, die ihr in eurem Leben habt und könnt besondere Nähe und Geborgenheit dadurch erfahren, dass ihr euch euren Lieben gegenüber öffnet. Und ihr könnt auch durchaus mal euren Frust mit ihnen teilen. Am 18. Februar wechselt die Sonne kurz vor Mitternacht in das Zeichen Fische und beleuchtet von hier aus für die nächsten vier Wochen den Bereich eures Arbeitslebens und auch eurer Berufung. Die Sonne ist in der Zeit ganz eng mit dem strengen Saturn verbunden und das macht euch sehr gewissenhaft und ernst in eurer Tätigkeit. Seid nicht zu hart mit euch und schiebt nicht zu viele Überstunden. Wer auf der Suche nach seiner inneren Berufung ist und das Gefühl hat, nicht angekommen zu sein, kann den Neumond am 20. Februar in den Fischen gut dazu nutzen, um in einer Meditation auf Visionssuche zu gehen. Stellt euch die Frage, wie ihr euren Alltag verbringen würdet, wenn Geld kein Thema wäre und schreibt eure Antworten auf. Das kann sehr aufschlussreich sein. Und vielleicht genügen schon kleine Veränderungen, um euren Wünschen und Zielen näher zu kommen. Nach dem Neumond wechselt Liebesgöttin Venus in das feurige Zeichen Widder und belebt dort bis Mitte März den Bereich eurer Freundschaften. Bestimmt erhaltet ihr bald viele Einladungen und ihr solltet jede Gelegenheit wahrnehmen, um mit netten Menschen zu feiern. Und pflegt Kontakte zu Freunden und Bekannten, die ihr länger nicht gesehen oder gesprochen habt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Einen wichtigen inneren Prozess habt ihr mit dem Ende der wilden Lilith-Zeit in eurem Zeichen im Januar abgeschlossen. Der Februar bringt euch ganz neue Energien. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. In den letzten Monaten durftet ihr viel über euch selbst lernen. Vielleicht seid ihr unabhängiger geworden, habt angefangen für euch selbst und eure Freiheit zu kämpfen oder euch mit Beziehungen in neue Abenteuer gestürzt. Nun ist die Zeit gekommen, diese neue Version von euch in eurem Leben zu integrieren. Bis zum 20. Februar unterstützt euch dabei Liebesgöttin Venus mit viel romantischer Energie vom Zeichen Fische aus. Dabei bewegt sie sich auf Fantasieplanet Neptun zu, was die Stimmung zärtlicher und erotischer macht. Festliierte kommen aus dem Schmusen gar nicht mehr heraus. Für alle Besuchenden ist es eine tolle Zeit, um auf einer Reise oder einem Wochenendtrip jemanden kennenzulernen. Auch Weiterbildungen oder Besuche von kulturellen Veranstaltungen können euch unerwartete Kontakte bringen. Lilith ist im Januar in euer Nachbarzeichen Löwe in euer Geldhaus gewandert und hier findet am 5. Februar der Vollmond im Löwen statt. Die kühle Februarluft wird ganz schön aufgeheizt und könnte euch Frust mit dem Thema Geld bringen. Vielleicht fühlt ihr euch nicht gut genug bezahlt oder nicht genug gewürdigt in eurer Arbeit. Wohltäter Jupiter und heiler Chiron unterstützen diese Thematik und fordern euch dazu auf, zu euch und euren Werten zu stehen. Falls gerade euer Jahreszielgespräch stattfindet, dann wäre das eine super Gelegenheit, um das Thema auf den Tisch zu bringen. Seid mutig, aber bleibt bei euren Forderungen realistisch und argumentiert nicht emotional. Ein wohl vorbereiteter Stichwortzettel und ein Übungsgespräch mit einem Kollegen oder einer vertrauten Person würden Wunder wirken. Bis zum Valentinstag am 14. Februar ist die angespannte Stimmung im Berufsleben verflogen. Die Sterne verwöhnen euch mit wunderschönen, romantischen und verträumten Energien und es wird euch wahrscheinlich schwerfallen, nicht den ganzen Tag auf Wolke 7 zu verbringen. Vielleicht könnt ihr ja den Valentinstag freinehmen und mit eurem Schatz etwas Tolles unternehmen. Ein romantischer Kochkurs, der euch mit exotischen Essenskulturen in Verbindung bringt, würde sich zum Beispiel wunderbar anbieten. Und auch alle Singles und diejenigen, die auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft sind, sollten sich an dem Abend unter Leute mischen. Geht zu einer Vernissage oder in eine Bar, in einer so magischen Nacht ist alles möglich. Die Sonne wechselt dann kurz vor Mitternacht am 18. Februar in das Zeichen Fische und aktiviert von hier aus für die nächsten vier Wochen mit viel harmonischer Energie den Bereich eurer Reiselust und der Horizonterweiterung. Allerdings muss sie in den Tagen zuvor noch eine enge Verbindung mit dem strengen Saturn absolvieren und deshalb könnten sich unerwartete Probleme ergeben, zum Beispiel in eurer Partnerschaft oder eurer Familie. Möglicherweise geht es um ein Erbe oder andere Formen von Verbindlichkeiten oder einfach darum, dass gespart werden muss. Doch diese Spannungen bauen sich zum Ende des Monats wieder ab. Am Montagmorgen, den 20. Februar morgens um 8.06 Uhr ist Neumond in den Fischen und der weckt euer Fernweh. Wahrscheinlich wollt ihr dann nach einer traumreichen Nacht noch ein bisschen liegen bleiben und euch eurer Fantasie hingeben. Überlegt euch doch, welche Orte ihr dieses Jahr besuchen wollt und manifestiert so ganz nebenbei euren perfekten Sommerurlaub. Aber ihr könnt natürlich auch abends eine Neumond-Meditation zu diesem Thema durchführen. Direkt nach dem Neumond wechselt Liebesgöttin Venus in das Zeichen Widder und das wird beruflich bis Mitte März eine sehr spannende Phase für euch. Unerwartete Einnahmequellen können sich auftun und ihr seid die nächsten Wochen ganz besonders gefragt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löweaszendenten. Der Februar bringt euch viel Energie, vor allem aber bringt er den für euch wichtigsten Vollmond des Jahres in eurem Zeichen. Doch bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30% auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Zu Beginn des Monats steht die Sonne im Wassermann in eurem Partnerhaus und beleuchtet eure Beziehungen und Partnerschaften. Eure Herzensmenschen sind euch besonders wichtig. Das betrifft romantische Beziehungen, aber auch andere Seelenverwandtschaften, wie zum Beispiel beste Freunde oder Kollegen, mit denen ihr euch super wohl fühlt. Versucht, so viel Zeit wie möglich mit eurem engsten Kreis zu verbringen. Liebesgöttin Venus befindet sich nämlich im verträumten Zeichen Fische und das verstärkt das Bedürfnis nach kuscheligen Stunden. Am 5. Februar haben wir dann abends gegen 20 Uhr den Vollmond in eurem Zeichen und da wird die Energie deutlich intensiver. Die romantisch verschmuste Stimmung wird dann knisternd und leidenschaftlich. Kämpfer Mars und Liebesgöttin Venus verbinden sich zusätzlich in einem spannungsreichen Aspekt und wir sollten aufpassen, dass unser Ego nicht die Oberhand gewinnt und wir unnötigen Streit vom Zaun brechen. Mit der hitzigen, energiegeladenen Stimmung könnt ihr viel Spaß haben und euch kreativ austoben. Wenn ihr jedoch nicht achtsam seid, könnten Kleinigkeiten zu einem Grundsatzstreit eskalieren. Diese Energie gilt genauso für euer Privatleben wie für euren Beruf. Ihr könnt in der Arbeit durch besonderen Ideenreichtum und Kreativität auffallen, aber achtet darauf, andere Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Gerade wenn ihr in einem Team arbeitet, geht es um die gemeinsamen Erfolge und nicht nur um euer Rampenlicht. Für alle Singles auf der Suche sind die Tage rund um den Vollmond jedoch eine tolle Zeit, um vielleicht in einem Sportkurs jemanden kennenzulernen und die Festliierten werden sicher Wege finden, die stürmische Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. Das gilt besonders für die Julilöwen, die jetzt auch die Energie von Lilith spüren. Richtung Valentinstag wird die Energie dann wieder harmonischer. Ihr fahrt eure Krallen wieder ein und eventuelle Streitigkeiten sind schnell vergessen. Ihr wollt Zeit mit eurem Schatz verbringen und alle Suchenden sollten sich unbedingt auf ein Valentinstdate einlassen. Die Sonne verbindet sich mit Meisterplanet Saturn und das macht euch empfänglich für ernste Verbindungen. Die Mischung aus Liebe und Verbindlichkeit eignet sich super für einen intimen Abend zu zweit. Falls euch der Sinn nicht nach Liebe stehen sollte, gönnt euch ein Essen mit Freunden und zelebriert die Freundschaft. Kurz vor Mitternacht am 18. Februar wechselt die Sonne in das Zeichen Fische und beleuchtet in eurem Horoskop dann für vier Wochen die Themen Verbindung und Transformation. Am 20. haben wir morgens den Neumond in den Fischen und ihr könntet euch zu Beginn der neuen Woche mit der Frage beschäftigen, in welchem Bereich eures Lebens ihr etwas oder jemanden loslassen solltet. Es wird euch leichter als sonst fallen, von alten Gewohnheiten oder Dingen Abschied zu nehmen, die keinen Platz mehr in eurem Leben haben. Denkt immer dran, wenn ihr was Neues in euer Leben einladen wollt, müsst ihr dafür auch den Platz dafür schaffen. Am gleichen Tag wechselt die Venus in den Widder und schenkt euch bis Mitte März Top-Aspekte, sowohl sozial als auch beruflich, denn die Venus kümmert sich ja nicht nur um die Liebe, sondern auch um finanzielle Angelegenheiten. Falls ihr in dieser Zeit ein Jahresgespräch in eurer Firma haben solltet, sprecht doch mal über Möglichkeiten zur Weiterbildung. Die Aspekte sind günstig, auch um Gehaltsverhandlungen zu führen oder um eine neue Position zu besprechen. Ihr habt Überzeugungskraft und Charme. Passt nur auf, dass ihr euer Gegenüber nicht überrollt. Atmet immer mal tief durch und vor wichtigen Entscheidungen empfehle ich gerne meine 90-Sekunden-Regel. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Fast den ganzen Februar hindurch habt ihr tolle Liebes- und Flirtchancen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30% auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Im Februar seid ihr wahrscheinlich voll eingespannt in eure Arbeit und euer Berufsleben. Es sei denn natürlich, ihr nehmt euch vielleicht zu Karneval frei. Wofür ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmen solltet, ist die Liebe, vor allem zwischen dem 9. und dem 20. Denn hier habt ihr eine tolle gesellige Phase mit vielen Möglichkeiten, nette neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Wer sich gerne verlieben möchte, wird vom spontanen Uranus und Romantikplanet Neptun unterstützt, was zu zauberhaften Zufällen führen kann. Geht also mit offenen Augen durch euren Alltag. Und auch Festliierte erfreuen sich an erfrischenden und romantischen Stunden mit ihren Herzensmenschen und neuen inspirierenden Kontakten. Am 5. Februar findet der Vollmond in eurem Nachbarzeichen Löwe statt und stimuliert eure spirituelle Seite. Seid offen für Eingebungen und Inspirationen. Ihr könntet zum Beispiel über eure Träume wichtige Hinweise erhalten. Deswegen, ihr solltet immer euer Smartphone oder einen Notizblock bereit haben, um morgens die Impulse der Nacht rund um den Vollmond festzuhalten. Die Energie kann sogar sehr intensiv und feurig werden. Falls es euch zu viel wird, zieht euch zurück und nehmt wohltuende Auszeiten. Bis zum 8. Februar solltet ihr vorsichtig mit Flirts am Arbeitsplatz sein. Egal, ob ihr euch für jemanden interessiert oder jemand euch schöne Augen macht, versucht Privates und Berufliches voneinander zu trennen. Falls es knistert, trefft euch privat und haltet euch erstmal bedeckt. Dann merkt ihr schnell, ob auch ohne das verbindende Element der gemeinsamen Tätigkeit Themen zum Unterhalten bleiben. Bis Mitte März werdet ihr dann wissen, ob es sich um einen oberflächlichen Flirt oder ernsthafte Gefühle handelt. Zum Valentinstag am 14. Februar trifft sich Liebesgöttin Venus mit Romantikplanet Neptun in eurem Partnerhaus und es fühlt sich an wie ein Mondaufgang vor rosa Wolken. Einfach zum Verlieben. Fest liierte sollten sich dann ganz viel Zeit füreinander nehmen und wer keine Partnerschaft hat, geht mit den besten Freunden essen oder schaut sich einen romantischen Film an. Feiert die Liebe, egal in welcher Form. Denker Merkur ist am 11. Februar in den Wassermann gewandert und wird euch mit seinen spritzigen Ideen zu geistigen Höchstleistungen anregen. Auch in beruflichen Themen hält euer Erfolgskurs an. Fast den ganzen Monat über habt ihr tolle Impulse, die ins Stocken geratenen Projekte wieder in Schwung zu bringen. Besonders die Zeit zwischen dem 20. und 23. Februar solltet ihr für wichtige Meetings mit Vorgesetzten und Kundentermine in eurem Kalender anstreichen. Ihr brilliert mit Scharfsinn und eure Überzeugungskraft ist enorm. Falls ihr Kredite oder Darlehen beantragen wollt, ist der Zeitraum zwischen dem 26. Februar und dem 4. März dafür ideal. Auch für Gehaltsverhandlungen oder Jahreszielgespräche ist die Zeit günstig. Am 18. Februar, kurz vor Mitternacht, wechselt die Sonne in die Fische in euer Partnerhaus und aktiviert für die kommenden vier Wochen eure Beziehungen und Partnerschaften. Eure Herzensmenschen sind besonders wichtig für euch, auch die besten Freunde oder Kollegen, mit denen ihr euch besonders gut versteht. Hier findet dann am 20. der Neumond in den Fischen statt. Weil Meisterplanet Saturn auch beteiligt ist, ist die Stimmung liebevoll, aber auch nachdenklich. Wahrscheinlich denkt ihr über Herzensmenschen nach, die euch besonders viel bedeuten. In eurer Neumond-Meditation wäre deswegen Dankbarkeit ein schönes Thema. Dankbarkeit für die Menschen, die ihr in eurem Leben habt und die Dinge, die ihr durch sie lernen dürft. Auch Dankbarkeit für euer eigenes Wirken, denn ihr kümmert euch immer automatisch und selbstverständlich um euer Umfeld. Dankt euch doch mal selbst dafür. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vage-Geborenen und Vage-Ascendenten. Interessante Liebestendenzen, Reiselust und viel kreative Power stehen in euren Sternen. Das schauen wir uns gleich näher an und ich habe auch wieder ein schönes Rabattgeschenk für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30% auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Glücksplanet Jupiter steht ja noch bis Mitte Mai in eurem Partnerhaus. Das ist günstig, um interessante Menschen kennenzulernen. Auch die übrigen Planeten in eurem Horoskop zeigen im Februar, dass viel Energie und wichtige Impulse durch andere Menschen in euer Leben getragen werden. Und ihr lasst euch davon gern inspirieren. Vom 7. bis 17. Februar kann es für die Singles im Gesundheitsbereich funken. Vielleicht verliebt ihr euch in euren Therapeuten oder eure Heilerin. Auch auf der Arbeit kann es prickeln. Vielleicht bekommt ihr zum Valentinstag eine Aufmerksamkeit von einem Kollegen. Außerdem ist euer Fernweh geweckt. Mars, der jetzt endlich wieder vorwärts läuft, spornt euch an, etwas zu unternehmen, vielleicht zu verreisen oder auf andere Weise euren Horizont zu erweitern. Als Sport würde sich Wandern oder Radfahren durch die Landschaft anbieten, wenn es das Wetter erlaubt. Falls ihr aufgrund eurer Arbeitsverpflichtungen nicht weg könnt, seid nicht traurig, denn beruflich erwischt ihr einen guten Start in den Monat. Die Stimmung im Büro ist freundlich und entspannt. Das Wohlbefinden im Job ist euch wichtig und bis zum 11. Februar ist eine günstige Phase, um Verbesserungen zu erreichen oder euren Arbeitsplatz zu verschönern. Eventuell lohnt sich dafür auch ein Gespräch mit Chef oder Chefin. Der Vollmond am 5. Februar aktiviert den kreativen Bereich eures Horoskops und falls ihr an einem Herzensprojekt arbeitet oder auch beruflich an etwas Kreativen dran seid, wird die Begeisterung dafür zu Vollmond immer intensiver. Allerdings könnten euch dabei finanzielle Überlegungen in die Quere kommen. So könnte eine geplante Finanzierung plötzlich wegbrechen. Wenn ihr Kinder habt, kann es rund um den Vollmond mit eurem festen Partner zu Spannungen in Erziehungsfragen kommen oder auch einfach darum, wie ihr die gemeinsame Freizeit gestalten sollt. Wenn ihr solcher Art Widerstand spürt, könnt ihr in einem Vollmondritual um Ideen und Unterstützung bitten. In der zweiten Monatshälfte kommt ihr wieder gut voran. Dazu trägt auch bei, dass Schnelldenker Merkur am 11. Februar in den Wassermann geht und dann fließt die Kommunikation leichter und ihr kommt auf Lösungsideen. Für berufliche Meetings habt ihr dann bis zum 15. Februar eine super Phase. Einigen von euch könnten Freundschaftsthemen zu denken geben. Vielleicht habt ihr eine besonders unabhängige, spontane und wilde Freundin, die euch anregt, mit euren Herzensprojekten euch mehr durchzusetzen oder egoistischer zu sein. Das kann sehr überzeugend wirken, kann aber auch Stress in eurer festen Beziehung auslösen. Ihr solltet gegebenenfalls auf euren Schatz Rücksicht nehmen. Kritisch sind hier die Tage rund um den Vollmond und die Zeit vom 13. bis 17. Februar. Und es würde sich natürlich anbieten, dass ihr eurem Schatz am 14. Februar zu Valentin eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lasst. Am 18. Februar spätabends geht die Sonne in die Fische und aktiviert für vier Wochen euren Arbeitsalltag und die Gesundheit. Und hier findet am 20. Februar auch der Neumond in den Fischen statt. Die Meditation könnt ihr nutzen, um über Gesundheitsfragen nachzudenken und zu überlegen, welche Gewohnheiten ihr verändern oder was ihr im Alltag verbessern könnt, um euer Wohlbefinden zu steigern. Vielleicht stehen aber auch Heilungsthemen im zwischenmenschlichen Bereich an. Am Tag des Neumonds wechselt nämlich die Venus in den Widder und aktiviert dann für drei Wochen euer Partnerhaus, wo auch Heiler Chiron steht. Dann bahnt sich eine besondere Heilungskonstellation von Partnerschaftsthemen an, die im März noch weiter wirkt. Sie unterstützt euch dabei zu verstehen, was der Sinn eurer Beziehung ist, welche unguten Beziehungsmuster euch möglicherweise im Wege stehen und wie ihr sie heilen könnt. Falls ihr euch mit dem Gedanken an eine Partnerschaftstherapie tragt, wäre die Zeit ab dem 20. Februar bis Ende März ideal dafür. Außerdem bringt die schöne Venusphase gesellige Gelegenheiten, Flirts und Einladungen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr tiefsinnigen Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Schöne romantische Tendenzen begleiten euch im Februar. Und so manches, was zuletzt stressig war, lässt sich nun besprechen. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein ganz romantisches Geschenk für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venushoroskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Der Februar startet mit schönen Liebestendenzen, denn bis zum 20. habt ihr Liebesgöttin Venus auf eurer Seite. Besonders für die Singles unter euch ist das eine wunderbare Zeit zum Flirten und Kennenlernen. Jemand scheint ernsthaftes Interesse an euch zu haben und es liegt nicht nur viel Romantik in der Luft, sondern auch erotische Überraschungen. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr die erste Februarwoche nutzen, um gemeinsam mit euren Kindern oder Eltern oder gegebenenfalls auch Mitbewohnern eine Entscheidung zu treffen. Es kommt allerdings nicht so gut an, wenn ihr in dieser Zeit nur euer Vergnügen im Kopf habt. Bei manchen Paaren liegen Leidenschaft und Streitigkeiten dicht beieinander. In dem Fall solltet ihr die Energie möglichst in Richtung Leidenschaft lenken, statt euch zu zanken. Beruflich kommt es ganz darauf an. Wer fest angestellt ist oder in einem helfenden und heilenden Beruf arbeitet, dürfte eine gute Zeit haben. Verbesserungen sind möglich und es herrscht kollegialer Zusammenhalt. Mit Autoritätsfiguren könnte es allerdings Anspannungen geben. Vielleicht fällt eine Chefin wegen einer Schwangerschaft aus und plötzlich müssen Vertretungen organisiert werden. Oder ihr selbst habt vielleicht Schwierigkeiten, euch als Frau zu behaupten und gute Unterstützung zu erhalten. Das gilt vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Der Vollmond am 5. Februar erzeugt ein Spannungsfeld zur Skorpionsonne. Wer jetzt familiär oder beruflich unter Druck steht, könnte schnell die Geduld verlieren. Nehmt euch an dem Vollmondwochenende möglichst keine Arbeit mit nach Hause. Auch die Zeit vom 11. bis zum 17. Februar kann noch mal angespannt sein, vor allem wenn es Diskussionen um eure Autorität, die Chefin oder um Fragen der familiären Unterstützung geht. Bleibt dann bitte sachlich. Wenn ihr die Beherrschung verliert, würdet ihr euch damit nur selbst schaden, auch wenn ihr eigentlich im Recht seid. Im Zweifelsfalle kann ich euch hier die 90-Sekunden-Regel sehr empfehlen. Mehr Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Glück steht die Venus die ganze Zeit günstig und das kann vieles ausgleichen. Es hilft, wenn ihr eure Energien ganz bewusst auf Themen der Liebe und Spiritualität, aber auch der persönlichen Kreativität ausrichtet. Oder, falls ihr Kinder habt, wenn ihr euch darauf konzentriert, wie viel Freude sie euch machen. Das kann viele Probleme relativieren. Der Valentinstag wäre ein guter Anlass, eurem Schatz eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und wenn ihr gerade heiß am Flirten seid, erhaltet ihr dann bestimmt ein Zeichen der Zuneigung. Am 18. Februar spätabends geht die Sonne in die Fische und aktiviert für die kommenden vier Wochen euren kosmischen Bereich der Kreativität und Lebensfreude. Und dort findet am 20. Februar auch der Neumond in den Fischen statt. In der Neumond-Meditation könnt ihr um Stärkung und Inspiration für ein Herzensprojekt bitten. Auch wenn ihr mit euren Kindern etwas Neues vorhabt, ist das ein guter Startpunkt. Und wenn ihr euch eine super romantische Liebesaffäre wünscht, dann konzentriert euch darauf, den Traumpartner in euer Leben zu ziehen. Am Tag des Neumondes wandert die Venus weiter in den Widder und aktiviert den Jobbereich eures Horoskops. Die kommenden drei Wochen eignen sich wunderbar, um Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aufzubauen und zu pflegen. Das erleichtert den Arbeitsalltag. Und falls ihr nach anderen Firmen Ausschau haltet und einen Jobwechsel überlegt, ist das auch eine vielversprechende Phase. Die Zeit bis zum Monatsende ist auch günstig, um mit eurer Chefin zu reden, wenn da noch was im Argen lag oder etwas Wichtiges zu besprechen gibt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fantastischen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Der Februar ist einerseits sehr aktiv für euch, andererseits wünscht ihr euch aber auch Zeit für euer Privatleben und eure Familie. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag. Eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Der Monat beginnt mit einigen beruflichen Herausforderungen. Ihr könnt euch gut durchsetzen und andere überzeugen und eure Worte haben viel Power, aber stimmt euch gut mit Vorgesetzten und Kollegen ab. Falls ihr zum Beispiel an der Erstellung von Jahresplänen oder Zielvereinbarungen beteiligt seid, achtet darauf, dass alles gut abgesprochen ist und verzichtet auf Alleingänge. Das könnte euch sonst auf die Füße fallen. Auch in der Liebe solltet ihr vom 2. bis zum 8. Februar besonders feinfühlig mit euren Herzensmenschen umgehen. Einfühlungsvermögen ist jetzt angesagt und bringt euch weiter als eure sonst so neckende Art. Wer seinen sprühenden Charme mit Empathie kombiniert, dem fliegen die Herzen nur so zu. Zum Vollmond im feurigen Löwen am 5. Februar wird euer Fernweh aktiviert und es könnte sich die Chance ergeben, etwas Neues zu lernen, was euch in wahre Begeisterung versetzt. Ihr habt super viel Energie an diesem Tag. Achtet darauf, diese Energie in konstruktive Bahnen zu lenken. Geht mit eurem Schatz tanzen oder besucht einen Fitnesskurs. Hauptsache, ihr seid abends richtig gut ausgepowert und könnt gut schlafen. Falls die viele Energie euch innerlich unruhig machen sollte, geht vielleicht auch mal in die Sauna und schwitzt euch den Stress von der Seele. Euch kann es ja eh kaum heiß genug werden. Zum Valentinstag am 14. Februar wird die Stimmung deutlich verschmuster und ihr seid sehr auf eure Familie bezogen. Es ist ein toller Tag zum Kuscheln und um Zeit mit euren Liebsten zu verbringen. Aber auch Selbstliebe und Me-Time sollten auf jeden Fall auf dem Programm stehen. Seid gut zu euch und wenn ihr gleichzeitig auch eure Lieblingsmenschen mit einbeziehen könnt, umso besser. Für Singles, die gerade flirten, ist der Valentinstag natürlich eine günstige Gelegenheit, um der oder dem Angebeteten eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Mondin steht dann im Schützen, da fällt euch bestimmt was Tolles ein. Am 18. Februar, kurz vor Mitternacht, wechselt die Sonne in die Fische und am 20. haben wir dann morgens den Neumond in den Fischen. Für die kommenden vier Wochen werden Familie und Herkunft besonders wichtig. Beschäftigt euch mal damit, was euch ein Gefühl von Heimat gibt. In der Neumond-Meditation könnt ihr eure innere Stimme und euer Bauchgefühl super stärken. Auch euer inneres Kind könnte sich zu Wort melden und Aufmerksamkeit fordern. Vielleicht gerade, weil ihr in den letzten Wochen sehr mit eurer Außenwelt beschäftigt wart. Doch Innenschau ist genauso wichtig und die aktuellen Energien laden euch dazu ein. Mit dem Neumond wechselt Liebesgöttin Venus am 20. Februar in das Zeichen Widder und dann wird eure Energie bis Mitte März geradezu unwiderstehlich. Flirts ergeben sich mühelos. Ihr werdet euch vor Dates nicht retten können, falls ihr am Daten seid. Festliierte können ihren Schatz um den Finger wickeln. Die Venus weckt außerdem eure Kreativität und die Lebensfreude. Deshalb geht künstlerischen Impulsen nach und genießt die Eingebungen. Weil auch Chiron, der verwundete Heiler, an dieser Konstellation beteiligt ist, könnten sich in euren Schaffensprozessen verschüttete oder verletzte Gefühle zeigen. Öffnet euch dafür und schaut euch diese Gefühle liebevoll an, sodass eine Heilung in Gang kommen kann. Die Zeit von Neumond bis Mitte März sieht übrigens auch finanziell gut aus, denn die Venus kümmert sich nicht nur um die Liebe, sondern auch um Wertethemen. Vielleicht entwickelt sich nun bis Mitte März aus einer spontanen, kreativen Idee eine Geschäftsmöglichkeit. Der Kosmos unterstützt euch auf jeden Fall dabei. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Im Februar schenkt euch der Kosmos schöne Liebesaspekte. Euer Geld müsst ihr allerdings ein bisschen zusammenhalten. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Wenn ihr fest liiert seid, zeigt eurem Schatz, was er oder sie euch bedeutet. Lasst euch was zu Valentinstag einfallen. Es ist auch eine gute Zeit, um den Kontakt zu euren Geschwistern zu pflegen oder wieder aufzunehmen, wenn ihr länger nichts voneinander gehört habt. Singles flirten am besten im direkten Umfeld. Achtet mal drauf beim Einkaufen, Tanken, Spazierengehen. Jemand könnte euch schöne Augen machen. Und diese wundervolle Phase geht bis zum 20. Februar. Eure Finanzen müsst ihr im Auge behalten. Die Sonne im Wassermann aktiviert euer Geldhaus und ab dem 11. Februar auch der Merkur. Doch beide prallen auf Unruhestifter Uranus, der euch dazu verführen kann, viel Geld für exzentrische Hobbys oder kreative Ideen auszugeben. Besonders locker sitzt euch das Geld rund um den Vollmond am 5. Februar im Löwen und ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr damit euren Schatz oder gegebenenfalls auch Finanzpartner nicht vor den Kopf stoßt. Es könnte der Eindruck entstehen, dass ihr nur Geld für euer eigenes Vergnügen, Hobbys oder ein Herzensprojekt ausgeben wollt, während Partner oder Familie zu kurz kommen. Falls ihr Kinder habt, reißen vielleicht auch plötzliche Ausgaben für den Nachwuchs ein Loch in die Kasse. Lasst es in den Tagen rund um den Vollmond deswegen nicht zum Streit kommen. Denn wie schon gesagt, in der Liebe habt ihr ganz zauberhafte Aspekte und auch Partner und Familie sind sich im Grunde einig. Deshalb kann es sich lohnen, wenn ihr eure persönlichen Wünsche kurzfristig hintanstellt. Da müsst ihr dann Prioritäten setzen. Auch vom 13. bis 22. Februar ist nochmal eine Phase, in der ihr gut abwägen müsst, wie viel ihr für persönliche Ausgaben, teure Hobbys oder Spekulationen erübrigen könnt, ohne euren finanziellen Rahmen zu sprengen. Wenn ihr aber vernünftig wirtschaftet und umsichtig vorgeht, könnt ihr in der zweiten Monatshälfte durchaus euer Konto wieder aufstocken. Beruflich kann der Monat sehr ergiebig sein. Vor allem, wenn ihr fest angestellt seid, geht es nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen wieder schwungvoll voran. Gespräche zu den Jahreszielen können erfolgreich verlaufen, wenn ihr bei finanziellen Verhandlungen nicht zu exzentrische Forderungen stellt. Für die Finanzen eurer Firma dürftet ihr einen wertvollen Beitrag leisten können und entsprechend Anerkennung erhalten. Bei den Freiberuflern und Unternehmern unter euch stehen die Sterne besonders gut, wenn ihr kreative und innovative Produkte herstellt, mit Text und Sprache arbeitet oder in den Social Media unterwegs seid. Das setzt sich weiter fort, wenn die Sonne am 18. Februar kurz vor Mitternacht in die Fische geht, gefolgt vom Neumond in den Fischen am 20. Februar. Diesen Neumond könnt ihr für einen kreativen Neubeginn nutzen. Die Konstellation ist sehr inspirierend für euch. Egal, ob für ein kreatives Projekt oder ein anderes Thema, was euch gerade wichtig ist, bittet in der Neumond-Meditation einfach um außergewöhnliche Eingebungen und ihr werdet sie erhalten. Am Tag des Neumonds wechselt die Venus in den Widder und belebt für drei Wochen den familiären Bereich eures Horoskops. Dort steht ja auch Jupiter mit Chiron und nun folgt eine intensive und heilsame Zeit bis Mitte März. Gibt es in eurer Familie Schwierigkeiten mit einer Autoritätsperson oder leidet ihr selbst darunter, dass eure Autorität öfter infrage gestellt wird? Nun könnt ihr euch solchen Problemen liebevoll widmen und mit den betreffenden Familienmitgliedern Wege finden, damit in Zukunft besser umzugehen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Die Sterne versprechen finanziellen Aufwind und später im Monat auch ein ganz tolles soziales Highlight für euch. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp, was ihr euch zum Geburtstag wünschen könnt. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30% auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Ihr startet mit guten Vitalkräften in den Monat, denn die Sonne bestrahlt euer Zeichen Wassermann. Und falls im Januar das Geld knapp war, sollte sich die Lage jetzt wieder entspannen. Offenbar habt ihr eine Idee, wie man ein paar Euro zusätzlich generieren kann. Nutzt diese Einfälle gleich zu Beginn des Monats. Wahrscheinlich müsst ihr euch dafür auch ein bisschen anstrengen, aber die Mühe zahlt sich schnell aus. Beruflich beginnt der Monat aktiv, besonders wenn ihr das Glück habt, kreativ arbeiten zu können. Gut sieht es auch aus, wenn ihr in einem Lehrberuf tätig seid oder mit Text und Sprache arbeitet. Ihr wisst mit euren Ideen zu überzeugen. Aber auch in anderen Jobs schafft ihr es, einigen Aufgaben euren persönlichen Stempel aufzudrücken und dann macht es auch mehr Spaß. Alternativ könnt ihr euch aber auch beim Sport gute Erfolgserlebnisse verschaffen. Falls in der Firma Gespräche zu den Jahreszielen anstehen, bekommt ihr dafür ab dem 11. Februar kosmischen Rückenwind. Seid nur bitte vorsichtig mit spontanen Argumenten. Die Bedürfnisse der Familie, ein geplanter Umzug oder etwas ähnliches gehen eure Vorgesetzten im Zweifelsfalle gar nichts an. Konzentriert euch auf das, was ihr drauf habt und was ihr gemeinsam mit der Firma erreichen wollt. Das sollte genügen. Für die Liebe wirkt der Vollmond im Löwen am 5. Februar wie ein Vergrößerungsglas, denn er aktiviert eure Beziehungsachse. Was ist bei euch gerade los? Die Januar-Wassermänner spüren vielleicht schon den Einfluss von Lilith, zum Beispiel durch einen knisternden Flirt. Für die Geborenen der zweiten Dekade verspricht der Einfluss von Mars Lust auf erotische Stunden mit dem Liebespartner. Seid ihr in der dritten Dekade geboren, steht da Saturn bei euch und vielleicht gibt es ein paar Sorgen und Stirnrunzeln wegen anliegender Aufgaben. Tatsächlich könntet ihr rund um den Valentinstag vor lauter Grübeleien oder Arbeit vergessen, eurem Schatz die verdiente Aufmerksamkeit zu zeigen. Der Vollmond aktiviert alle diese Themen und es lohnt sich da hineinzuspüren und gegebenenfalls auch eine Meditation zum Thema Liebe und Beziehungen durchzuführen. Von spontanen oder komplizierten Beziehungsentscheidungen raten die Sterne allerdings ab. Aber eure Liebe und Leidenschaft können durch diesen Vollmond durchaus geweckt werden. Außerdem eignet sich das Vollmondwochenende auch gut für eine Geburtstagsparty. Am 11. Februar wechselt der Merkur in den Wassermann und stärkt eure geistigen Kräfte. Für den Rest des Monats sprudeln eure Ideen. Haltet auf jeden Fall Smartphone oder Notizbuch bereit, um eure Einfälle zu notieren. In den Tagen vom 13. bis zum 16. Februar kann euch Saturn ins Grübeln bringen, vor allem wenn ihr dann auch Geburtstag habt. Glaubt ihr an das, was ihr tut? An eure Lebensziele und an die Beziehungen, die ihr habt? Dann ist alles gut. Wenn nicht, dann solltet ihr die Konsequenzen ziehen und daran im neuen Lebensjahr etwas ändern. Das ist die Botschaft von Saturn. Am 18. Februar um 23.34 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in die Fische und am 20. Februar ist dort der Neumond. Beides bringt für die kommenden vier Wochen frischen Wind in eure finanziellen Angelegenheiten. Der Neumond eignet sich gut, um über eure persönlichen Werte und eure finanzielle Situation nachzudenken und um ein Ritual zum Thema Reichtum und Fülle durchzuführen. Am Tag des Neumondes wechselt die Venus in den Widder und beschert euch bis Mitte März ein schönes soziales Highlight. Ihr steht dann häufig im Mittelpunkt und alle hören euch gebannt zu. Das waren die Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Ein wichtiger Neumond und noch mehr spannende Konstellationen erwarten euch. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Der Kosmos schenkt uns zum Valentinstag eine superschöne Konstellation mit Liebesgöttin Venus und Romantikplanet Neptun. Und dazu passend schenke ich euch einen Valentinsrabatt. 30 Prozent auf das schriftliche Venus-Horoskop als PDF, in dem ihr eure persönlichen Venus-Tendenzen der nächsten sechs Monate erfahrt. Auf über 30 Seiten geht es um Liebe, Selbstliebe, Partnerschaft und Flirt. Außerdem finanzielle Tendenzen, denn die Venus steht nicht nur für unsere persönlichen, sondern auch für unsere materiellen Werte. Das Angebot gilt bis zum 20. März und mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung oder den Shownotes. Der Februar beginnt für euch mit wunderbaren Liebesaspekten. Ihr seid noch charmanter als sonst und die Sterne bringen euch bis zum 20. eine tolle Ausstrahlung. Euch zu widerstehen oder einen Wunsch abzuschlagen wird fast unmöglich, egal ob eure Freunde, euer Partner oder jemand, den ihr datet. Ihr verzaubert sie alle. Liebesgöttin Venus steht in eurem Zeichen und verleiht euch nicht nur eine verführerische Ausstrahlung, sondern wünscht sich auch, dass ihr euch mal besonders um euch selbst kümmert. Bevor ihr in eure Geburtstagsplanung startet, geht ins Spa, gönnt euch ein schickes neues Partydress oder lasst euch mit einer Beauty-Behandlung verwöhnen. Alle Anwendungen für die Schönheit und euer Wohlbefinden wirken in dieser Zeit besonders gut. Ihr leuchtet dann von innen und von außen. Das ist wahrer Seelenbalsam für die vielleicht stressigen Impulse, die es durch eure Familie immer noch geben könnte. Der Vollmond am 5. Februar im feurigen Zeichen Löwe aktiviert den Bereich eurer Gesundheit und eures Alltags. Gleichzeitig bilden Krieger Mars und Liebesgöttin Venus einen Spannungsaspekt und so könnten familiäre Spannungen erneut aufflammen. Hier wäre der Rat der Sterne, Konflikten möglichst aus dem Weg zu gehen und knifflige Gespräche auf die Zeit nach dem 7. Februar zu verschieben. Bis dahin haben sich die Energien wieder abgekühlt. Dafür habt ihr viel Schwung in eurem Berufsleben und sprüht nur so vor Ideen. Ihr seid super kreativ und sicher sehr gefragt. Lasst euch inspirieren und habt Spaß mit euren Kollegen und Kolleginnen. Die Stimmung ist herzlich und offen. Um den Vollmond und zum Ende des Monats habt ihr ein glückliches Händchen für Verhandlungen. Falls eure Jahreszielgespräche in diese Zeit fallen sollten, könnt ihr die Energie ideal nutzen. Der Valentinstag bringt euch dieses Jahr in eine ganz besonders romantische und verträumte Stimmung, da Liebesgöttin Venus mit Romantikern Neptun in eurem Zeichen kuschelt. Genießt den Tag und die sanfte Stimmung, in der ihr euch befindet, mit euren Lieblingsmenschen. Die Energien helfen euch auch dabei, sogar Streithähne einander wieder näher zu bringen und daran zu erinnern, worum es beim Tag der Liebe eigentlich geht. Am 18. Februar um genau 23.34 Uhr wechselt die Sonne in euer Zeichen und die Fische-Saison beginnt. Die Sonne und Lehrmeister Saturn haben sich in den letzten Tagen eng verbunden und euch dazu angeregt, über den Sinn eures Lebens nachzudenken. Wie war euer letztes Lebensjahr? Was ist gut gelaufen und was darf sich noch besser entwickeln? Der für euch wichtigste Neumond des Jahres in den Fischen findet am 20. morgens um 8.06 Uhr statt. In einer Neumond-Meditation könnt ihr euch die Frage stellen, worauf ihr die nächsten zwölf Monate wertlegen wollt. Zieht Bilanz, was habt ihr lernen dürfen im letzten Lebensjahr? Folgt ihr dem Kompass eures Herzens und seid auf Kurs? Falls es euch interessiert, welche Themen der Kosmos für euch ab jetzt ins Scheinwerferlicht rückt, dann kann ich euch eine persönliche Jahresvorschau mit eurem Geburtstagshoroskop sehr ans Herz legen. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Beruflich habt ihr ab dem 26. Februar ein glückliches Händchen und es winken lukrative Angebote. Die Sache könnte allerdings einen Haken haben, zum Beispiel, weil ihr ein tolles Projekt vorgeschlagen bekommt und jemand involviert ist, mit dem ihr nicht so gerne zusammenarbeitet. Oder ihr müsst für einige Wochen mehr reisen als gewöhnlich. Doch finanziell raten euch die Sterne dazu, eine solche Chance trotzdem zu nutzen. Und wenn ihr klug verhandelt, könnt ihr auch Details zu euren Gunsten bestimmen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Jetzt schauen wir noch, was es Neues an Terminen gibt und ich gebe euch noch ein paar Empfehlungen. Wenn ihr Themen habt, die ich in den Sternzeichenhoroskopen nicht abdecken kann, empfehle ich euch meine schriftlichen Horoskope als PDF. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Denn ein persönliches Horoskop sagt ja noch so viel mehr als nur das Sternzeichen. Ich habe verschiedene schriftliche Horoskope im Angebot. Da könnt ihr euch mal in meinem Horoskope-Shop umschauen und ich gebe auch persönliche Beratungen. Da können wir dann über alles reden. Wenn ihr eine persönliche Beratung bucht, plant bitte vier bis sechs Wochen Wartezeit ein, weil ich immer sehr ausgebucht bin. Ergänzend zu den Monatsvideos möchte ich euch zu Instagram einladen. Ich freue mich sehr, euch auch dort bei Antonias Sterne begrüßen zu können. Da bekommt ihr jeden Tag eine ausführliche Deutung der Tagesstimmung und dabei schauen wir ganz besonders auf die Mondin und ihre Aspekte. Und es gibt auch immer schöne Bilder. Einen tollen Austausch haben wir immer im Livestream. Das wissen alle, die regelmäßig dabei sind. Der nächste Termin ist am 3. Februar um 21 Uhr. Dann schauen wir noch mal in den spektakulären Vollmond im Löwen und ich gehe auch auf aktuelle Themen und Konstellationen ein. Außerdem gibt es im Livestream immer ein Gewinnspiel. Da könnt ihr ein schriftliches Horoskop als PDF gewinnen. Aus Datenschutzgründen müsst ihr euch dafür vorab anmelden und alle Infos findet ihr auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Und auch in diesem Video gibt es was zu gewinnen. Im Valentinsmonat dachte ich mir, ein Partnerhoroskop würde gut passen. Ob frisch verliebt oder schon länger verpartnert, es ist immer interessant zu schauen, welche kosmischen Kräfte zwischen euch und eurem Herz allerliebsten wirksam sind. Also wo es prickelt und wo ihr Herausforderungen habt. Und so nehmt ihr teil. Abonniert meinen Kanal und ganz wichtig, aktiviert auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen. Ich freue mich auch sehr über einen netten und konstruktiven Kommentar, wie meine Horoskope für euch passen und was ihr mit den Sternen so erlebt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch zum Schluss noch das Special über Lilith, die jetzt durch den Löwen wandert und weiterhin aktuell ist natürlich auch das Jahreshoroskop mit euren ausführlichen Tendenzen für 2023. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.